So, herzlich willkommen zurück bei einer Runde Zillashit. Wir spielen den Loading Simulator. Mir wurde gesagt, es ist ein Spiel, wo ich ausflippen würde und es wahrscheinlich nicht bis zum Ende schaffe. Dem oder derjenigen möchte ich direkt jetzt beweisen. Eww. Ich kriege das hin, ohne auszuflippen. So, okay. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld. Okay, ich weiß. Earn Money. Okay. Da kommt schon eine Errungenschaft rein. Okay. Ich weiß, das Einzige, was ich weiß, ist, es dreht sich halt einfach echt nur darum, ein Ladebildschirm. Ich habe mir auch die Kommentare bei Steam durchgelesen. Sie sind sehr positiv, muss ich sagen. Ich werde das Spiel definitiv in die Beschreibung reindonnern. Also, Link gibt es direkt in der Beschreibung. Ich weiß auch, das Spiel wird nicht, ich weiß gar nicht, vielleicht eine Stunde meines Lebens kosten, aber die Genugtuung zu beweisen, dass ich bei diesem Spiel nicht ausflippe, wird nur Genüge sein. So, ich habe jetzt ein bisschen Geld gesammelt. Time to spend program, time left, loading. Loading? Da hat es Windows-Version. Helper. Windows Media Player. Oh. Musik. Moment, ich werde das wahrscheinlich mal ein Stück leiser machen müssen. So. Ähm, dann jetzt das. Time left program. Time, äh, time left, ja. Okay. Äh, loading. Äh, inscription. Nehmen wir auch noch. Habe ich jetzt noch Geld übrig und mir noch irgendwas... Ja, habe ich. Give us your money. Okay, ah, okay, damit verschwindet einfach nur das Geld. Time left. 20 Minuten. Okay. So, rein theoretisch könnte ich die 20 Minuten jetzt auch einfach durchklicken. Also, es hieß, von wegen der Musik würde mich aggressiv machen. Jetzt bin ich bei 10 Minuten. 10 Minuten ist gut. Habe ich schon erwähnt, dass die Rubrik hier in die Thematik sinnlos schüpfelt? Echt? Dann habe ich es jetzt getan. Ach, wenn wir eh einmal dabei sind, äh, liken, abonnieren und kommentieren. Könnt ihr gleich auch noch direkt machen. Das Liken tut nicht, äh, fällt einem nicht schwer, äh, tut auch nicht weh. Erst abonnieren, da könnt ihr öfters so einen absoluten Müll hier sehen. Oder ja, verfolgt meine anderen momentanen Programme. The Witcher 3 zum Beispiel. Oder Risen 3. Titan Lords. Es ist... Sind beides echt gute Spiele. Oder, äh, The Rise of Tomb Raider. Eine Sekunde. Oh, geil, ich bin gleich durch. Ähm, sind alles wunderbare Spiele, die ich momentan noch direkt im Petto habe. Aber ich kann ja auch gleich direkt noch sagen, eigentlich könnte ich das ja auch direkt als Kanal-Trailer nehmen. Weil hier kann ich auch gleich noch sagen, es machen sich ja einige immer schon, übrigens schönen Gruß an, äh, Digitalfuchs. Äh, es kommen nicht immer jeden Tag irgendwelche Videos. Es kann auch mal sein, dass ich mehrere Tage einfach mal nichts bringe. Liegt halt daran, jeder hat ein Privatleben. Es dreht sich nicht nur um YouTube, außer man möchte, jetzt kriege ich auch noch eine Errungenschaft. Äh, äh, okay. Ähm, außer man, man hat einfach kein Privatleben. Dann kann man sowas machen, wenn man, sag ich mal, viel Zeit hat, man hat keine Freundin im Haushalt oder irgendwas, was man vielleicht, oder die Freundin ist die Putzfrau, so, wenn man möchte nicht so viel Aufmerksamkeit, dann kann man jeden Tag auch mal ein Video bringen. Klar, an sich, mittlerweile hat YouTube die Funktion eingeführt. Und man kann mehrere Videos hochladen und die planen, finde ich sehr gut. Ich habe jetzt nicht, keine langsame Leitung, also ich kann mal mehrere Gigabyte in ein paar Stunden hochladen. Und das Time, das ist überhaupt gar kein Problem. Nur das Aufnehmen halt. Ich habe mich heute hingesetzt, heute ist Donnerstag, nee, Mitzburg, der 16. Habe ich mich mal hingesetzt und habe mal drei Stunden oder vier Stunden Risen 3 aufgenommen. Die jetzt auch die Woche noch kommt. Ich weiß gar nicht, es sind, glaube ich, fünf oder sechs Folgen. Eine ist heute auch schon erschienen. Ja, also, es liegt halt an der Zeit des Aufnehmens, ne. Äh, was? I don't know. Okay. Äh, ja. Oh Gott, ich muss mich kurz kratzen, Moment. Äh, so. Äh, es liegt halt, wie gesagt, an der Zeit. Ich bin jetzt schon drei, weiß ich jetzt schon, hat mir ein guter Freund gesagt, das wird über 100 Stunden gehen. Also, so 130 Stunden kannst du da schon einplanen. Ich habe mal ganz kurz den Balkon durchgerechnet, der hat, glaube ich, 130 voll oder so. Und ich habe da so mit 30 Minuten gerechnet. Da bin ich da schon bei, ich weiß gar nicht, 120 Stunden gelandet. Und die 30 Minuten waren ja nur so im Durchschnitt. Ich kann mir vorstellen, dass da mal mehr als 30 Minuten kommt, immer auf so 40 oder 50 Minuten. Und das ist ja eine Durchschnittszahl gewesen, die ich mir da genommen habe. Von daher weiß ich, es wird lange, lange dauern und es wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und die Zeit muss man halt manchmal auch finden. Auch für den Apollenten. Wenn ihr mir natürlich Kommentare schreibt, ich habe das Telefon fast immer am Mann. Und ich lese auch alle Kommentare und versuche auch wirklich echt durch jeden Kommentar einzugehen. Wenn das jetzt natürlich nur was ist, von wegen, geiles Spiel. Gibt es natürlich ein Like. Da muss ich nicht nur irgendwas unterschreiben, von wegen, ja, ist geil oder sinn. Ich muss es nicht verstehen. Wenn ihr jetzt natürlich halt, ey, du hast bei dem einen Spiel, in der einen Mission, hast du das und das übersehen? Oder wie zum Beispiel bei The Witcher, du brauchst vielleicht dieses und dieses Code, wenn du das und das herstellen willst. Auf sowas gehe ich dann eher ein, wo ich sage, danke, okay, dass ich nur direkt bei der nächste Aufnahme war, kann man sich das angucken und also konflikt, was da geht einfach nur, wie geil ist. Ich hatte heute zum Beispiel das Problem bei Risen 3, dass ich, dass eine Lagerhaus, äh, ersten Stock, ich dachte, ich bin im ersten Stock. Nein, Quatsch, ich war im zweiten. Bis ich dann irgendwann mal realisiert habe, wo der erste Stock überhaupt ist, dass da keine Treppe hochführt und ich das einfach mal komplett ausgeblendet habe. Wir sind jetzt bei 1500. Gucken wir, was können wir noch? Äh, nee, warte, hier. Das will ich haben. A Game. Und das Spiel kostet auch 300. Warte mal, dann machen wir das doch direkt so, zack. I believe your computer can do it. Entschuldigt. Web Explorer, ah, Web Explorer, okay. Kann man mit dem, kann man da das Fenster auch verschieben? Nein, kann ich. Äh, hallo? Kann ich? Okay, das geht mit, mit Maus, äh, mit, 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 mit Feltassen. Das ist recht langsam, das Ganze. Geht das auch ein Stück schneller? Erinnert mich so ein bisschen an die damaligen, äh, äh, Bildschirmschoner. Von, von früher. Da gab es auch immer so ein Ball, der von links nach rechts und dann diese Ecken genau, wo der da so doppelt reingesprungen ist. Also, de, 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 de. So erinnert mich das Spiel irgendwie ein bisschen daran. Ja, das ist, also wenn es jetzt hier nicht schneller wird, dann wird es auf Dauer echt hangweilig. So, okay, ähm, ja, weg. Geht das, wenn das jetzt einfach hier, okay, es geht weg. Äh, Web Explorer, passiert auch nichts. Allmast, ja. Ernsthaft, ein Jahr und 13 Sekunden, ein Jahr und 13 Sekunden. Naja, kommt drauf an, sind das jetzt 365 Tage oder zählt da ein Schaltjahr dazu? Try to restart your computer. Oh, 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 sehr gut. Was gibt es hier eigentlich noch? 5,54, okay. Dann machen wir das was? Okay, wir sind jetzt schon bei 12 Minuten. Also ich weiß, ich habe gelesen, dass es so 12 Minuten bei jemandem gedauert hat. Aber das ist jetzt offenbar wahrscheinlich nur noch nicht Zeit. Ihr dürft übrigens mitentscheiden, wenn ich mit einem Projekt fertig bin. Ich habe ja schon 2 Jahre abgebrochen, weil da halt die Resonanz nicht sooo groß war. Ich jetzt aber die 3 Projekte definitiv durchziehen möchte, die ich habe. Dürft ihr denn, sobald ein Projekt fertig ist, mitentscheiden, ähm, was da noch kommt. So, was haben wir hier? The 14th letter of the alphabet, äh, A, B, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 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 N. Okay, how many fingers your left onion ha- Ernsthaft? Keine Ahnung. Ich... Warte mal, na hoch. Was ist, wenn ich B nehme? Nehmt er auch falsch, okay. Ähm, ich hatte 1, 2, 3, hatte ich 4? Nee. Ich muss gerade dazu sagen, es ist ziemlich fucking dunkel in meinem Zimmer. 8 hatte ich gerade, 9, auch nicht. Äh, ja, 0. Correct, correct. Ah, natürlich. Are you a human? Äh, yes. Wie? Null? Muss ich, oder muss ich nur... Äh... Das? Das? Auch ver... Bin ich ganz ehrlich, verstehe ich gerade nicht. Ich würde jetzt sehr fast sagen, wenn es eine, äh... Armee-Tastatur... Armee-Tastatur ist, müsste ich jetzt... Muss ich das nehmen? Null? Null? Bist du menschlich? Na, eigentlich ja. Muss ich das großschreiben? Wird er das so haben? Das kann ich mir aber fast nicht vorstellen. Nein. Äh... Bist du menschlich? Bist du menschlich? Ja, eigentlich ja. Was ist, wenn ich jetzt... Okay. Er will es echt auf Englisch haben. Okay. Äh... Verdammt. Ähm... Oder auf Russisch? Kann ich mir eigentlich auch nicht verstehen. Französisch? Oder... Keine Ahnung. Japanisch? Äh, die Zeichen hätte ich gar nicht. Ähm... Kann ich schon eine neue Player? Oh, das ist eine gute Idee. Ach so viel, wof! Und jetzt drückt es mich. Ich bin schon ein bisschen weiterklicken. Noch mal ömmer fünftigmal. Und weg! Oh, oh, okay, dann bin ich schon mal dran. Also jetzt dauert es wieder. Oh wait! Ich habe risch. Es ist so geil, es ist so gittlich. Gäste jetzt hier irgendwie was? Auch nicht. Ähm... Das war's. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Weißt du was? Fick dich spielen. Fick dich ganz hart. Dämliches Drecksgehen. Da denken sie sich so eine Scheiße aus. Ganz ehrlich. Ich bin ja ganz froh, dass es Free2Play ist. Stellt euch mal vor, wir müssten den Kack bezahlen. Kann ja aber nicht wahr sein. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ich mal ganz kurz den Namen google, weil ich glaube, ich weiß nicht, was der für einen Namen haben möchte. Das ist doch einfach nur absoluter Bullshit. Okay, 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 ich habe ihn. Ehm, ups. 1. 0. No. AB. Ehm, 4. 1. 28. 20. Do you like this game? No. Yes. What is... Wrong? Why? Hä? Human? Äh, 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 no. AB. 4. 4. 1. 28. Do you like this game? Nein. Ja, bin ich... Hä? Okay, 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 dann erzählst du das Internet... Erzählst du denn nö, oder was? Ich glaube nicht, dass das so ein Spiel ist, ähm, äh, achso, was, wo das ständig wechselt. No, mittlerweile nicht mehr, zum Anfang fand ich das ja echt noch lustig, aber, äh. You win, ernsthaft? Exit? Gibt's nicht. Ihr seht, oh, ja, mal. Ihr Screen ist broken, ja, ich glaube beinahe auch. Ein Kilobyte pro Sekunde Errungenschaft. Ich, keine Ahnung, was, was die Macher sich dabei gedacht haben. Ey, das Spiel geht jetzt schon eine halbe Stunde. Also knapp eine halbe Stunde. Ey, warum geht das nicht schneller? Das geht dort echt lange. Das macht so echt keinen Spaß, wenn man hier wenigstens irgendwie eine Herausforderung hätte. Ja. Es ist sehr interessant, muss ich sagen. Ich muss sagen, die Musik ist, naja, ganz okay. Es ist jetzt nicht, dass ich sagen muss, ich flippe hier völlig aus. Ich flippe eher aus, weil es dauert echt lange. Entschuldigt. Ich werde die, also, ich bin ja, wenn ich... Da fehlen mir schon die Worte. Also, ich werde es definitiv schneiden. Ich werde es nicht in einem Stück hier raus donnern. Ich werde mir ein paar Passagen raussuchen und... Ja, das... Bang. Wait. I need to pee. Mal wieder. Das hatten wir doch schon. So, okay. Wie viele können das noch werden? Vier, ne? Eventuell. Muss man... Ja, irgendwie vielleicht... Noch irgendwas? Web Explorer... Kann man da irgendwie... Muss ich ja alles irgendwie so mal... Kann ich das aufmachen? I believe in your computer. I can do it. Okay. Ich... Äh... Ich weiß schon gar nicht mal, warum ich dieses Spiel spiele. Kein Ding, ich muss es... Ohne, dass ich jetzt hier wirklich komplett ausschlucke, muss ich dieses Spiel überstehen. Ansonsten hätte mich das Spiel doch geknackt und... Ich würde hier völlig aus der Haut fahren. What are you uploading? Ist das eine Gigabyte Movie about naked people? Ganz ehrlich, selbst wenn es 100 Gigabyte Pornos wären, wäre ich jetzt schon fast fertig. Ja gut, fast nicht, aber ich hätte jetzt mindestens schon so... Naja... 10 bis 20 Gigabyte. Also ich hätte auf jeden Fall schon mal 20% geschafft. Oh, es... Es nähert sich dem Ende. Ich weiß vor allen Dingen nicht mal, wie viele Achievements es hier gibt. Was? Äh... I want more money. Kriege ich damit irgendwie mehr Balken? Hat damit eigentlich schon mal einer seine Maus kaputt gemacht? Muss klicken. So ein, so ein, so ein... Ähm... Klick-Emulator wäre jetzt gut, und der würde ich automatisch klicken. Wenn es jetzt in Ruhe noch pinkeln gehen, habe ich das Spiel einfach gestartet, der hat hier stundenlang geklickt und ich habe das Spiel einfach hinterher kommentiert und einfach irgendwas dazu gesagt. Hätte ich ein paar Szenen einfach komplett rausgeschnitten, um das Ganze ein bisschen kürzer zu machen, hätte ich da vielleicht zwölf Minuten draus gemacht, zwölf Minuten irgendwas erzählen, das geht mal ja. So eine halbe Stunde? Oh Gott. Ich mach dem... Oh, fast. Fast, fast, fast. Ein Strich noch. Komm, ein Balken. Huh. Pass auf, der dauert jetzt wird er 20 Minuten. Oh, da wird sich glaube ich so quälen. So weinen würdig. Komm schon, du it! Ansonst... Wie läuft's so? Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ich antworte auch drauf. Fünf Sekunden angeblich nur. Ja, dann komm vorher. Drei Kreuze, wenn ich das hier geschafft habe, werde ich Windows deinstallieren, werde den Rechner in die Tonne werfen und werde nie wieder einen Rechner anfassen. Ich würde sogar aufhören mit Let's Plays. Nein, macht Spaß. Na, obwohl, vielleicht... Je nachdem, wie lang das hier noch dauert. Na, komm. Ich würd grad sagen, wir machen die 1000 voll. Bis dahin könnte es ja vielleicht... Oh! Wie immer noch! Wofür denn? Wofür denn? Der ist doch fertig. Komm! Muss ich das ja ausgeben? Zack, 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 zack. Das muss ja jetzt natürlich sein, dass ich die 1000 erreichen muss. Dann hätte ich jetzt natürlich... Das ist mir völlig ins Knie geschossen. Also für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, ich bin stolz auf euch. Für alle, die das Video bis zum Ende gucken, gibt's nen Keks. Selber gebacken. Wir machen's so. Ähm... Äh... Wie jetzt? Hallo? Hallo? Der ist doch fertig! Wir machen's so. Ähm... Für alle, die das bis zum Ende sehen, beziehungsweise bis hierher... Äh... Dann machen wir ein Spiel draus. Die schreiben mir in die Kommentare, ich möchte einen Keks von dir selber gebacken haben. Also ich bilde einen selber gebackenen Keks. So. Und das schreibt ihr in die Kommentare. So. Den bekommt ihr dann auch. Müsst mir dann nur privat schreiben, wo ihr wohnt. Dann backe ich euch nen Keks. Ja... Dann schicke ich euch den Keks zu. Also... Null. Null. AB. Vier. Eins. Äh... 28. Auf keinen Fall. Das Spiel ist scheiße. Du wirst gewonnen. Du wirst gewonnen. Start. Ist das dein fucking Ernst? Eine fucking GIF-Datei? Mit zwei Mieze-Kätzchens. Wo High Heels und ein Rechner plus ein Monitor im Hintergrund stehen. Äh... Leck mich fett. The End. Okay. Äh... Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Daumen nach unten, wenn euch das nicht gefallen hat. Die Kommentarbox reinschreiben, wer es bis zum Ende gesehen hat. Und ich will einen selber gebackenen Keks haben. Ansonsten... Abonnieren, wenn ihr nicht... So ein samstags... Sinnlos... Ne, samstags Shit nicht. Aber so ein sinnlos Shit nicht mehr verpassen wollt. Von daher... Macht's gut. Und... Schönen Tag, Abend... Oder Nacht. Whatever. Macht's gut. Ciao.